So, wir kaufen jetzt Weihnachtsbäume, Freunde? Wir kaufen nur einen. Wie viele Tage sind es noch bis Heiligabend? Übermorgen. Ja. Jetzt müssen wir einen kleinen Baum finden, die groß etwa so deine Größe hat. So, welchen nehmen wir? Also der ist schön buschig. Ich bin dann auch gut. Nicht so wie der in Rom, ne? Ja, nehmen wir. Eben anpacken. So, und hier ist unser gutes Stück, ne? Ja. Wir schleppen ihn jetzt quasi ab, dem Herrn Nordmann. Ja. We wish you a Merry Christmas. In diesem Sinne, a Happy New Year. Wir wünschen euch schon mal schöne Feiertage euch und euren Familien. Thank you for all your support and you're so lovely. Lasst euch ganz reif beschenken und das natürlich erstmal von mir und... Na, von mir. I hope you have a great Christmas Eve. Und von der Holly. Ja, ich weiß es. Also von der Päcksel. Und natürlich auch von der FOP. Genau. Tschau. Lieben die Backspapier. Um, 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 um. Also von OZ Modell. Ja, OZ Modell. Wer ist denn jetzt dran? Ich weiß nicht. Äh, Reality-Level. Genau. Ja. Who's next? Oh! Who's next? Ääh, I have an idea. Oh yeah! The A and the A! Yeah! Noch jemand? Oh! Fan-Zentro! Oh yeah! Modell-Zentro! Und Fan-Zentro! Oh! Du, ich hab das Gefühl, wir haben noch jemanden vergessen. Ja? Weißt du noch? Gott, mir ist schon total wahn. Ach, ja, was? Kette frei! Kette frei! Wen haben wir denn noch vergessen? Oh, hier. Was sind denn noch? Oh, die Veno! Oh, ja! Die Veno! Olli, haben wir jemanden vergessen? Komm gleich drauf. Beat Hose! Ja, ja. Also los. Das war's. Okay.